Willkommen zu einem neuen Video von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Heute möchte ich euch ein Lecithintrink plus Vitamine von BÜR vorstellen. Aber bevor es losgeht, könnt ihr noch meinen Kanal abonnieren, sowie die Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Bis gleich! Hierbei handelt es sich um den BÜR Lecithin plus Vitamin Liquid Drink. Er ist für mehr Energie und Leistungsfähigkeit bei Erschöpfung und nach erhöhter körperlicher und mentaler Aktivität. Phospholipide aus Sojabohnen plus B-Vitaminen. Insgesamt sind es 750 ml. Ich habe euch den Trink unten mal in der Artikelbeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch mal diesen genauer anschauen und auf Wunsch auch bestellen. So, dann steht weiterhin hier drauf, Liquid Phospholipide aus Sojabohnen und B-Vitaminen unterstützt die Erholung bei Erschöpfungszuständen der unterschiedlichsten Art. Abgespanntheit durch körperliche und geistige Leistungen, allgemeines Erschöpfungsgefühl, durch ungenügende Energiezufuhr, mentale Ermüdung, durch Alltagsstress. Also für jeden, der sich erschöpft fühlt oder auch erschöpft ist. Buerlecithin plus Vitamin enthält pflanzliches Lecithin und Vitamine des B-Komplexes. Es eignet sich für Erwachsene in jedem Alter. Also ihr solltet es nicht den Kindern geben, denn es ist Alkohol enthalten. Und zwar steht dies hier, 100 Milliliter entsprechen 100,8 Gramm Flüssigkeit enthalten, 16,4% Alkohol. Des Weiteren könnt ihr hier sehen, was alles drin ist. Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12 und so weiter. Wichtige Wirkstoffe für den Organismus. Buerlecithin plus Vitamine enthält Wirkstoffe, die der Körper täglich für wesentliche Funktionen benötigt. Lecithin ist ein elementarer Bestandteil der Körperzellen und maßgeblich an Zellstoffwechsel beteiligt. Osfat ist ein wichtiger Energielieferant für den Körper. Cholin wird vom Körper in sogenannte Neurotransmitter, Bodenstoffe umgewandelt. Diese sind für das reibungslose Zusammenspiel der Nervenzellen notwendig. Dann Vitamine des B-Komplexes sind für den Menschen essentiell und spielen im Nervensystem eine wichtige Rolle. Gerade auch für das Gehirn, also B12 für das Gehirn, um Demenz vorzubeugen. Und hier nochmal der Hinweis, dass man sich über 25 Grad lagen soll und nicht an Kinder abgeben soll, weil, wie gesagt, der Alkohol enthalten ist. Ja, wie gesagt, ich habe euch das alles unten mal verlinkt in der Videobeschreibung. Dann von innen sieht es so aus. Hier ist eine Packungsbeilage sozusagen. Ein kleiner Trinkbecher dabei. Und das hier ist dann die Flasche. Wenn man es trinkt, also es schmeckt, muss ich sagen, wie Baileys. Also so, ja, wenn ihr Baileys kennt, dann wisst ihr, welchen Geschmack es ungefähr hat. Ja, schreibt mir mal in den Kommentaren, wie ihr das Produkt findet, ob ihr auch Interesse daran habt und ob ihr ich es holen werdet. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, schreibt mir das auch unten in den Kommentaren. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Und abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Am besten aktiviert ihr dazu noch die Glocke. Bis bald!